Willkommen zu Let's Vape Our Enemies hier bei Blitz Brigadier Online. Ja, mein Thema bei diesem spannenden Spiel ist... What the fuck? Ne, das ist nicht mein Thema. Das Thema ist... Und ja, also, wie ihr vielleicht gesehen habt, habe ich heute das epische Ende von Gangster Ryo herbeigeführt. Ja, da ich mein Hirn selbst nicht anstrengen will und mir den Kopf darüber zerbrechen will, was ich denn als nächstes mache, dachte ich mir, hmm, lassen wir doch die Zuschauer entscheiden. Äh, ja, also... Ich hatte da zwei Vorschläge. Einmal wäre es Dead Space oder Nova oder... Ich mache jetzt täglich Minecraft. Das wären die drei Sachen, die ich machen könnte. Toll. Ähm, also das wären die drei... Wären das drei? Ja, drei Sachen, die ich machen könnte. Alter, was ist denn gerade los? Ich bin Level 24, Mama. So, Spawn Trapp, sagst du? Scheiße. Ich bin ein, also in der Doppeler. Ach, hallo Kumpel. Ach, hallo Kumpel. Alter, ey, das kann nicht wahr sein. Wie schnell tötet er denn bitte? Vor allem, ey, so schlecht war mein Aim jetzt auch nicht. Vielleicht war es schlechter als sonst, aber nicht so schlecht. What the fuck, wieso lebt der denn noch? Hallo, drei Leute haben jetzt auf den geschossen in der Zeit. Geht doch. So, geht doch. Ja, also schreibt in die Kommentare, was ihr am liebsten hättet. Nein! Ach Mist, da hätte ich auf den Tipp von Abonnenten hören müssen und nachladen sollen. What the fuck? Ja, sicher. Und ich habe dem bestimmt auch keinen Schaden gemacht. Nein! Ja, also ich persönlich würde natürlich gerne Nova spielen. Oder nee, ich hätte sogar noch eine vierte Möglichkeit. Das wäre dann The Walking Dead. Oder ich glaube, ich mache ganz zuerst erstmals Übergang The Walking Dead. Ja, so, das ist mein Plan. Ich glaube, als Übergang mache ich The Walking Dead und in der Zeit dürft ihr dann entscheiden, was ihr dann sehen wollt. Ja, so mache ich das. Und wenn keine Entscheidung kommt, dann kommt ganz einfach Nova, weil ich mich sehr auf das Spiel gefreut habe und der Typ hier von hinten kommt. Ich bin immer wieder auf den Pfadfinder. So, lassen wir den vorgehen, wenn der stirbt, dann... Ja, komm, hüpfen wir mit! Oh, ich bin Champion. Sehr gut. Scheiße. Ja. What the fuck? Ja, sicher. Alter, was hat der denn für ein schlechtes Internet? What the fuck, alter! Alter! Alter, es leckt auch so krass, alter! Außer bei dem. Bei dem leckt es nicht so. Oh, ich bin hier. Und wo war der denn? Oh, da. Und von jedem ist in Gott, die Festung angekommen. Ah, das ist natürlich sehr gut. Oh, sehr gut, wir haben gewonnen. Dann haben wir diese Runde auch mal die Enemies gewaped und sind nicht besser als Fritz. Wieso bin ich nicht besser als Fritz? Naja, damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht ein, Leute.